Freunde, heute werde ich zusammen mit Joy, Sören, Jalina und Maurice Florida unsicher machen. Heiraten wir jetzt oder später? Jetzt. Haben Sie schon Belag auf dem Brötchen? What? Jetzt entsteht der sexy Content. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ich Junge, ey, die wird ja richtig sauer, Alter. Boom! Hey! So, Freunde, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber mein Motorrad ist kaputt, Madame. Schön, dich zu sehen. Ich auch. Du bist wirklich eine tolle Frau. Nicht nur, weil du einfach toll bist, sondern weil du mir heute dein Motorrad, nicht die Kawasaki, sondern die Kawasaki Z 125 zur Verfügung gestellt hast. Heiraten wir jetzt oder später? Jetzt. Ja! Sören. Krank. Alter Bruder, was geht ab? Hamburg City represent. Mach mal Signature Move. Der war heftig, wirklich. Krasser Signature Move. Hat mir sehr gefallen. Schön, dass du heute auch mit dabei bist. Joy. Schönen guten Tag. Danke, dass du mich vorhin Sozius mitgenommen hast. Das war ein tolles Erlebnis. Ich habe mich ein bisschen eingekackt, aber ich lebe noch. Ich bin echt schlechter Sozius. Dann kommt eigentlich die geile Brille raus. Die Brille kommt übernächsten Drop. Geiler Typ, geile Brille. Was sagst du dazu, dass mein Motorrad kaputt ist? Schlechte Wahl. Man muss bleiben, wo man sieht, ne? HdGDL. Freunde. Was? Wir wollen nicht mit dir reden. Verstehst du das? Boah. Ich dachte, David kann nicht noch perverser aussehen, aber wenn der da stehen und nichts macht, nochmal getoppt. 8 PS. Pure Power. Ich habe Bock. Extra für dich. Ein Ölwechsel. Neuer Lenker. Neuer Hebel. Schalina, ich liebe dich. Ich dich auch. Bei Gott sogar. Welcome to America. Good morning, my neighbors. Nice. Was zur Hölle ist denn jetzt mit Schalina los? Ohne Absetzen. Du hast einen Vollknall, Alter. Guck mal. Was ist das? Hast du was verloren? Ich habe irgendwas Metallernes gefunden hier. Guck mal. Schmeiß mal Röhren an den Kopf. Hier, ich habe ein Geschenk. Will ich nicht. Was? Geh mal weg mit der Mühe. Oha. Geisteskrank. Lebensgefährlich. Schalina hat heute wieder was eingeworfen. Ich habe Hummeln im Po. Schalina. Was? Schalina. Was? I love you. Was willst du? Alter, jetzt sei mal nicht so gemein. Willst du von mir, Alter? Hallo. Immer weg mit deiner kleinen Karre hier. Sieht das eng aus? Das weiß ich nicht. Pass ich hier durch? Easy, Schalina. Da kann ich dir als Experte sagen, das passt. Du und Experte. In was? Thumbnails? In engen Angelegenheiten. Ah, okay. Das ist nämlich meine Spezialität. Das mache ich ehrenamtlich. Oh, hola. Biker-Girl gesichtet. Hi. Ich frage sie mal, ob sie Single ist. Haben Sie schon Belag auf dem Brötchen? What? Do you have the Belag on the Brötchen? Because I have the Mayonnaise for you. Hör ein Lego an. Oh, 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 oh. Bruder, warum bremst der? Da, da, da sitzt der. Hast du gesehen? Was ist da? Ein riesiger Lego an. Figaro, Figaro, Figaro. Warum bist du heute so lustig? Weil ich dich mag. Sind wir jetzt eigentlich auf dem nächsten Level? Sind wir jetzt zusammen, wolltest du fragen. Ja. Klar. Oh. Hä? Junge, weil der Reifen so dünn ist. Stell dir vor, ich wäre in die Wheelie-Bar rein. Stell dir vor, du wärst in mich rein. Stell dir vor, du wärst in mich rein. Hallo, hübsche Frau. Na? Häufiger hier. Ich ja, du? Vielleicht in Zukunft. Würdest du mich auch in Timbuktu besuchen kommen? Keine Ahnung, wo das ist, aber ja. Also auf diesem Planeten, Charlina, muss erst eine Distanz erfunden werden, die weit genug ist, dass ich nicht zu dir komme. Charlina, ich möchte ein Glöckchen bimmeln. Was möchtest du? Ich möchte ein Glöckchen bimmeln. Ding, 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 ding. Ey, das ist ein Becher. Schau ihn dir an. Oh, Junge. Alter, der war ja todeshart. Das war ein Metallbecher, Bro. Junge, wenn David da rübergefahren wäre, du hättest dich so gelegt. Lebensgefährlich. Alter, Junge. Da kommt so eine Wolke raus. Ich seh das richtig. Willst du mal riechen, David? Warte, ich komm mal zu dir, okay? Nee, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Das stinkt. Achtung, Rennradfahrer. Oha. Vorsicht, Maurice. Ja, aber es filtert der. Die haben hier eine Bike Lane extra, Alter. Oh, Sch***. Oh, ich hab das doch richtig. Oh, ich hab das richtig gesehen. Gar nicht geil. Nee. Maurice, redet durch. Jetzt entsteht der sexy Content. Das wird sich dann heute Abend angeschaut, alleine im Schlafzimmer. So, let's go. Und? Drei, zwei, eins. Das ist, ja. Ja, aber du musst bei mir bleiben, Bro. Nicht so schnell. Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt one-handed jerk-off. Wheelie, und jetzt jerken. Oh, ja, Mann. La cucaracha, la cucaracha. Das sieht aus, als würde er so kratzen. Zeig noch mal, Sören. Boah, Alter. Oder? Da werde ich ein bisschen geil, wenn ich das sehe. Warum kann ich das so gut? Das ist eine berechtigte Frage. Ich komme, 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 ich komme. Nein. Ich bin extra zu dir. Wow. Hey. Digga, ist er irgendwie besoffen, oder was? Er hat uns so brutal die Vorfahrt genommen. Wäre ich nicht ausgewichen, wäre ich da reingeballert, Digga. Der meinte so zu euch. Ja, ich hab's auch gesehen. Maurice, dein Sonnenbrass. Kriegt man damit UKW-Radio? Was ist das? GSM. BDSM. Warum hast du denn deinen Helm noch auf? Warum hast du eine Maske auf? Na, blass mir doch ein. ETF, Alter. Lieber fettige Haare, als eine haarige Fette. Ich kenne das Auto, ich habe das in irgendeinem YouTube-Video letztens gesehen, ich schwöre es dir. Und die Scheiben sind einfach so getönt, man kann nicht erkennen, nicht mal von vorne, ob da ein Fahrrad drin sitzt oder nicht. I'm fast as F***boy. Plate. Das ist ein Tesla-Plate, Digga. Der ist schneller als ein Bugatti. L-M-A-O-Gas. Holy shit, ey. Ich hab so dos gerade. Ja, ich schütte schnell, komm. Jetzt Mund auf, nach hinten. Digga, okay. So. Das ist auch Vertrauenslevel. Manche machen da eine Maske, weißt du? Ich hätte so gewonnen. Maurice, siehst du die da? Die hätte zum Beispiel richtigen Mist gebaut. Ich hätte einfach so gewonnen. Über den Kopf. Boah, ist das frech. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Sie weiß, wie es geht. So, der Stöpsel versucht jetzt hier gerade, das Motorrad von Maurice anzukicken. Du kriegst es hin. Glaub mal an dich. Ist kein Glück. Ist alles nur Glück. Gleich ist der Fuß gebrochen. Wilde Sch***, man schafft so so ein Kack-Bike. Junge, ey, die wird ja richtig sauer, Alter. Oh. Guck mal bitte, wie schön. Einfach schön. So schön. Das Schönste der Welt. Hä? Ja. Ich darf nicht so viele Komplimente geben, sonst gewöhnst du dich noch dran. Soll ja was Besonderes bleiben. Es ist immer, weil es von dir kommt. Mein David. Meine Charlina. Forever. Forever? 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 Wer macht jetzt ein Video von mir? Oha. Ja, zieh durch, zieh durch, komm, komm, komm. Junge, Junge, Junge. Geil. Was ist das? Was machst du da? Charlina? Charlina, was machst du da? Bist du bescheuert? Du verlierst den Verstand langsam. Du kannst fahren, du nicht. I'm just a girl. I'm just a David. David sucht sich wieder die perfekte Perspektive raus. Ich wollte nur lesen, was auf dem Hoodie steht. Dein Gehirn ist schon, der darfst programmiert. Ist das dumm. Ja. Asozial. God bless America. Daddy. Daddy. Bitte haltet alle eure Fristen. Ich werde behindert hier.